DFB-Pokal, DFB-Pokal, DFB, DFB, DFB-Pokal und wir reisen nach Bielefeld. Das macht kaum jemand gerne, aber für den Pokal fahren wir auch nach Bielefeld mit einem Lächeln im Gesicht, denn wir wollen ins Achtelfinale. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon jemand war. Irgendwann bestimmt kann das mal jemand statistisch nachprüfen, aber wenn ja, kann ich mich schon nicht mehr wirklich daran erinnern. So Rocha ist verletzt, wir haben ein gewisses Stürmerproblem. Wir spielen beim Bundesligisten, der auf Platz 15 steht. Da sollte was zu holen sein, wir haben in der ersten Runde auch auswärts gewonnen. In der Liga zeigen wir noch Höhen und Tiefen. Im Pokal wollen wir Kontrastprogramm, Kontrastprogramm von Höhen und Tiefen wären ja Tiefen und Höhen. Wir wollen einfach gewinnen, sagen wir es mal so. So, wir trainieren den Zweikampf und ich spreche mal mit ein paar Leuten. Das sollte man nicht nur machen, wenn es schlecht läuft, weil es im Moment ja so mittelmäßig läuft. So, ihr Jugendspieler Rui Pedro Eibala hat sich stark verbessert, hat nun Stärke 3. So, persönliches Gespräch, persönliches Gespräch, persönliches Gespräch. Jetzt sind wir auf der Alm. Ich sehe hier keine wirkliche Veranlassung, was an der Startformation zu ändern, wobei Aliaga im Sturm... Wir machen mal wieder das Format vom letzten Jahr und ziehen den Ossimek als hängende Spitze etwas zurück. Sollen wir hier auf Konter spielen? Nein, ich denke nicht. Ich spare mir die Ansprache. 11.000 Zuschauern und mehr als die Elfte. Wir machen das ja auf der Alm zum Heimspiel. Mehr Schalke-Fans als Bielefeld-Fans. Oh Mann, da kann ich nur drüber lachen. Sebastian Vettel, Tipp 3 zu 5. Und das wollen wir jetzt sehen. So, Eckball für Bielefeld von Retz. Ja, haben die Bielefelder sowas schon mal erlebt? Das kann ich mir gut vorstellen. Bevor ich jetzt meine schnippischen Sprüche bräunen muss, spare ich sie mir jetzt lieber und konzentriere mich auf diese Partie. Connolly auf Marschis am Tor vorbei. Ich hätte nämlich einige auf den Lippen, wenn es um Arminia Bielefeld geht. Aber wie gesagt, ich spare mir die Sprüche. Und sehe, dass jetzt Apa sich ja zupackt. Und wir sehen, dass der Chetil sich verletzt. Noch eine Offensiv-Verletzung. Offensiv-Option weniger. Dann kommt jetzt einfach mal... Dann geht Osimek rein und dann kommt halt... Dann kommt Aliaga. Und dann spielen wir doch mit zwei Spitzen. 14. Minute. Das ist natürlich auch blöd, falls es hier in Richtung Verlängerung geht. Dann haben wir jetzt schon mal eine Wechseloption verbraucht. So, während ich mir jetzt... Und die nächste Verletzung. Hengel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben keinen Innenverteidiger auf der Bank, aber Rabak könnte es. Ne, ähm... Koinok, Kallas Koinok geht nach innen. Gendry kommt dann rein. Nein, bitte. Während ich mir die Sprüche verkneife, werden die Spieler hier reihenweise verletzt. Delic. Lewandowski. Muassa. Licht quer. Oh Mann. Ja. Ich habe versucht dafür zu sorgen, dass der Kader ein bisschen breiter aufgestellt ist. Beziehungsweise können wir noch Transfers tätigen. Aber jetzt wird es auch nötig sein. Konoli jetzt mit einem Eckball hier. Aber Farina packt sicher zu. Wir wissen aber nicht, wie schwer diese Verletzungen sind. Da ist alles drin von blauem Fleck bis zu einer Kapselprellung. Ne, wie heißt das? Knorpel, Knorpel. Schaden im Knie. Wollen wir mal nicht vom Schlimmsten ausgehen. Hier passiert nicht viel. Deswegen labere ich jetzt auch die ganze Zeit hier nur so Dünnschiss. Zerfahrenen Dünnschiss. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Spieler wissen nicht, was sie machen sollen. Hier passiert nämlich nichts. 0 zu 0 steht's. Torchancen gab es kaum. Es gab zwei Verletzungen. Darüber kann man berichten als Journalist. Aber sonst ist hier nicht viel passiert. Der Koinock macht das ganz gut auf zwei verschiedenen Positionen. Wird über Lob, ja, wird davon nicht sonderlich überrascht. Ich denke, als unterklassige Mannschaft auswärts ist das ganz solide, was wir hier bisher zeigen. Kann schon was schiefgehen. Und wir haben sie auch nicht im Sack. Aber knappes Spiel. Das kann man auch durchaus gewinnen. Ossimek spielt hier ja nicht gut. Wir können noch einmal wechseln. Ich bringe einfach mal Santini auf die Zehen. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen out of the box hier denken. So, Wechselkontingent ist leer. Barkok gegen den Bundesligisten jetzt hier mit ungewohnter Formation. Nicht ungewohnter Formation, aber ungewohnter Besetzung. Der Schießt knapp am Tor vorbei. Deutlich am Tor vorbei. Genry läuft noch ein paar Schritte mit dem Ball. Der hat viel Spielzeit in der letzten Zeit sammeln können. Sicher sehr gut für seine Entwicklung. Schäfer, der Routinier. Der haut den Ball zu. Masch ist der. Ah, Farina pariert. Routinier nenne ich den Schäfer. Der ist noch nicht mal 25 Jahre alt. So jetzt hier einfach. Aber er wirkt wie einer. Er ist ein Star in dieser Mannschaft. Jetzt Barkok mit der Flanke. Der Ball bleibt hängen. Und es riecht doch sehr nach Verlängerung. Und diesen Geruch würde ich jetzt erstmal gut heißen. Weil ein spätes Gegentor wäre jetzt echt mies. So. Jonitz stoppt den Ball. Spielt Richtung Mittellinie zurück. Kessler. Achtelfinale. Das wäre doch mal was. Was hier den Bundesligisten schlagen soll. Was macht der Kessler Delitz gegen Schäfer? Durch Richtung Strafraumecke verliert den Zweikampf. So ist es. Ja. Es gibt tatsächlich Verlängerung. Wir haben nochmal 30 Minuten mindestens. Barkok gegen Sillic. Aber generell noch nicht oft Verlängerung oder Elfmeterschießen gehabt. Das ist immer ein Erlebnis. So. Hier passiert immer noch nicht viel. Ah. Gendry. In der 104. Minute wird von Gallagher gestoppt. Die erste Halbzeit der Verlängerung ist rum. Soll ich irgendwas hier noch ändern? Wechseln kann ich ja sowieso nicht mehr. Acht Minuten noch. Dann gibt es Elfmeterschießen. Es passiert nicht viel. Aber es ist verdammt spannend. Deswegen. Barkok liegt quer. Ja. Junitz schlägt noch einen Haken. Neves fährt dazwischen. Und schlägt ihn mal weg. So. Zunut nehmen wir das Elfmeterschießen. Das ist ein bisschen wie... Oh. Und dann Maschis macht das. In der 120. Minute Barkok mit dem unfreiwilligen Assists. Und in der 120. Minute besiegen wir die Gastgeber von der Alm. Boah. Maschis mit dem goldenen Tor. Die Bielefelder können sie glauben. Und wir sind im Achtelfinale. Das ist ja nicht zu fassen. Ist das ein Erlebnis. Wir sehen selten so späte Tore. Und vor allem nicht in der 120. Minute. Das ist in 596 Folgen. Wie weit sind wir? Das ist ein Debüt. Ein erstmaliges Erlebnis. Wir sehen. Um die Euphorie hier ein bisschen zu dämpfen. Ein Zehnbruch bei Schettil. Glatter Bruch. Ist nie so toll. Der wird uns eine Weile fehlen. Und Hängel mit einem Kreuzbandanriss. Die kleinen Buchstaben A und N. Die machen hier einen großen Unterschied. Ein Kreuzbandriss wäre natürlich ungefähr so schlimm wie ein Kapsel. Wie ist das? Knorpelschaden im Knie. Kreuzbandanriss. Ich weiß jetzt nicht, ob das harmlos ist oder so mittel. Ist aber, glaube ich, beides nicht so krass schlimm. Aber wir werden beide dennoch wahrscheinlich einige Spiele jetzt nicht dabei haben. Wir zahlen 63.000 Euro. Und die zahle ich auch gerne. Und wir sind im Achtelfinal. Wie oft war ich schon im Achtelfinal? Ich weiß es gar nicht. So. Regensburg besiegt Dresden im Elfmeterschießen. Fürth besiegt Union. Wen hätte ich denn jetzt mehr gerne als Gegner? Freiburg schmeißt Cottbus raus. Es gab hier noch einige Verlängerungen. Auch einige Elfmeterschießen. Bayern besiegt Burghausen. Die erste Mannschaft von Bayern besiegt Burghausen in der Verlängerung. Kajas Lautern besiegt Unterharing in der Verlängerung. Rostock verliert gegen Gladbach im Elfmeterschießen. Stuttgart schmeißt Leverkusen raus. Flensburg verliert gegen Wolfsburg. Drittligist Mainz 2 besiegt Bundesligist Fortuna Düsseldorf. Köln. Erster FC Köln verliert gegen Augsburg. Wehen Wiesbaden verliert im Elfmeterschießen gegen Magdeburg. Die Amateure von Optik Rathenau verlieren gegen Viktoria Köln. Paderborn verliert gegen Darmstadt. Offenbach verliert gegen Bayern München 2. Heimstätten verliert gegen Hannover 96. So, wenn ich mir jetzt einen Gegner wünschen darf, dann hätte ich doch gern Bayern München 2. So, Auslosung ist immer spaßig, ob wir dabei sind oder nicht. Aber wenn wir dabei sind, natürlich noch mehr. Viktoria Köln, das könnte ein Derby. Ne, ist der FC? Ich habe das gerade gar nicht auf dem Schirm. War der 1. FC Köln weiter? Egal, Viktoria spielt gegen Kaiserslautern Bayern. 1. Mannschaft spielt gegen Gladbach. Gräuter führt mit einem Heimspiel gegen VfB Stuttgart. Jan Regensburg auswärts beim Bundesligisten brauche ich nicht nochmal, auch wenn es hier geklappt hat. Wir haben bisher zweimal auswärts gewonnen. Vielleicht sollen wir dann vielleicht doch auswärts spielen, aber nicht unbedingt bei einem Bundesligisten. Regensburg gegen Freiburg. Hannover gegen Magdeburg. Bayern 2, ich habe sie mir gewünscht. Kriege ich sie auch? Nein, die spielen zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Wir haben noch eine zweite Mannschaft. Mainz 2, da habe ich auch mal gearbeitet. Das wäre auch attraktiv und genau, da fahren wir hin. Da rieche ich doch jetzt schon das Viertelfinale. Ich meine, wir haben jetzt den Bundesligisten geschlagen. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ich stecke die 5 Euro ins Phrasenschwein. Da sollten wir jetzt nicht übermütig und arrogant hier gegen einen Drittligisten und eine zweite Mannschaft auftreten. Aber das ist nah an meinem Wunsch los. Wir spielen bei einer zweiten Mannschaft gegen eine unterklassige Mannschaft und wieder auswärts. Darmstadt spielt außerdem gegen Augsburg. So, Siegprämien gibt es dennoch, auch wenn es eine zweite Mannschaft ist. 2.500 Euro. Spannender geht es kaum noch. Wie geht es ihnen nach dieser Nervenschlacht? Ich entschuldige mich, falls das Mikrofon hier übersteuert hat jetzt mehrmals. Aber meine Stimme, meine Gefühlslage hat auch übersteuert. Meine Güte, was war das für ein Finish hier? 120. Minute und der Maschis, der kriecht, dem müssen sie das Grinsen operativ aus dem Gesicht entfernen in den nächsten Tagen. Das ist ja nicht zu fassen, das ist eines der wichtigsten Tore, die ich hier in über 500 Folgen gesehen habe. So, wie geht es ihnen nach dieser Nervenschlacht? Kein Problem, das kann ich schon wegstecken. Meine Nerven sind ziemlich gut, ich bin völlig fertig. Einfach schweißgeberschätzt, ich habe mindestens zwei Kilo abgenommen. Ich sage das, ich meine es aber positiv, das war ja ein Erlebnis. Davon erzählt man noch den Kindern, aber leider hat hier ja niemand mehr in der Fußballwelt des Jahres 2060 Kinder. Oder kriegt zumindest keine mehr, aber das ist ein Erlebnis. Wenn sie mich hier konservieren und ich in Folge 1596 auch noch dabei bin, dann werde ich da immer noch von reden. Was unterscheidet ihrer Meinung nach einen guten von einem schlechten Trainer? Tja, ganz bestimmt nicht die Tatsache, dass man beim Verband sein Trainerexamen sehr gut bestanden hat. Ich nämlich nicht, ich war nämlich gar nicht da. So ehrlich gesagt hatte ich so meine Bedenken von dem heutigen Spiel, aber zum Glück wurden die Ausfälle wichtiger Leistungstrainer locker weggesteckt. Wir haben noch zwei weitere Ausfälle dazubekommen. Mit mir als Trainer kann überhaupt nichts schief gehen. Wenn es mal nicht so läuft, dann genügt ein Griff in die Trickkiste und der Gegner kann wieder klar zu staunen. Nur mal ein bisschen selbstgefällig über sich selber reden hier. Selbstgefällig über sich selber reden. Ich strotze vor Redundanzen hier verbal. Ein unerwarteter Sieg für ihre Mannschaft. Wo liegen ihrer Meinung nach die Gründe für den Erfolg? Heute kann man hier auch immer ein bisschen einen auf dicke Hose machen. Ich habe ja mal gesagt, wir sind für jede Überraschung gut. Manchmal auch für eine positive. In der Liga läuft es noch nicht so geil, wie gesagt, aber im Pokal. Ich zitiere Wolfgang Petri. Geil, geil, geil. So, Zappa bekommt ein Lob. Ist darüber erfreut. Koinok bekommt ein persönliches Gespräch. Gerade die Vielseitigkeit von dem Koinok ist viel wert. Wir sehen jetzt hier nämlich, die Verletzungen häufen sich nämlich. Schittil fällt eine Woche aus und Hengel fällt fünf Wochen aus. Das ist beides noch okay. Wir bekommen nächste Woche Avenatti und Schittil zurück. Und das sind jetzt natürlich dann auch Gelegenheiten für einige andere hier mal zu glänzen. Koinok rückt nämlich in die Innenverteidigung. Gendry geht in die Startformation. Und auf die zehn geht Ozimek. Im Sturm kommt dann Aliaga zum Einsatz. Marin geht auf die Bank. Und Mara freuen sich auch mal dabei zu sein. Wir spielen jetzt gegen Nürnberg zu Hause. Die stehen in der Liga direkt hinter uns. Die sind punktgleich. Zehn Spiele sind gespielt. Wir müssen jetzt bei aller Pokaleuphorie auch das Tagesgeschäft in der Bundesliga bedenken. Das ist ein gleichwertiger Gegner. Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Die blicken in den Gesichtern. Die bereit sind alles zu geben. 16.000 Zuschauer. Zwei Teams, die bisher in dieser Saison so sind wie der Platzzustand. Hier nämlich mittelmäßig. Birgit Prinz tippt 2 zu 2. Let's go. Zu Hause haben wir bisher durchaus überzeugt bis auf das eine Spiel. Müller sieht gelb. Zilic stoppt den Ball. Spielt rechts Richtung Mittellinie. Ich hoffe, dass noch weitere Ausfälle dazukommen. Nürnberg muss ich natürlich auch sagen, dass ich die meisten Spieler kenne. Und Conoli macht das 1-0. Hätte ich jetzt eigentlich auch ansprechen können. Hier kenne ich fast jeden. Auch immer noch. Geboho unter anderem. Ardell, De Almeida. Obwohl mittlerweile kenne ich nur noch so circa die halbe Mannschaft. Ozzie Mack jetzt gegen Hale Selassie. Passt auf Eichmann. Der haut ihn mal hoch in den Strafraum. Da kommt keiner mehr ran. Conoli mit dem zweiten Saisontor. Rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung für Eichmann. Der hat doch im letzten Jahr oder vorletztes Jahr was Ähnliches gemacht. Da fehlte er 10 Spiele oder so. Wegen einer verbalen Grätsche, nicht einer Blutgrätsche. Jetzt macht er ein Jahr später dasselbe nochmal bei unserer personellen Lage. Ey, wenn er jetzt wieder 10 Wochen gesperrt ist, dann muss man wirklich mal überlegen, ob wir den Mann hier auf Dauer halten können. Kann er sich nicht mal auf die Zunge beißen und den blöden Spruch, den er im Kopf hat, runterschlucken? Das habe ich in Bielefeld auch gemacht. Jetzt sind wir in Führung, aber 50 Minuten in Unterzahl. Rabach kann Innenverteidiger. Das ist jetzt nicht die große Hilfe. Schäfer kann es. Dann müssen Koinock und Schäfer jetzt hier zusammen die Außenverteidiger rücken nach innen. Pasurek kommt für Aliaga. Der kann auch Linksverteidiger. Ja, also langsam wird die personelle Decke ein bisschen dünn hier. Dann gucken Sie sich mal unsere Viererkette hier hinten an. Nichts gegen die, aber das ist nicht so die Standardformation. In Unterzahl muss man den Einsatz hochschrauben. Wir führen ja auch zum Glück. Wir spielen aber weiterhin kontrolliert offensiv. Ich sehe nicht ein, warum ich das ändern sollte. Maschis spielt schlecht, aber ich will ihn jetzt nicht anmachen nach diesem legendären Tor gegen Bielefeld. Konnolly bekommt ein Lob, freut sich darüber. Wir sind absolut auf dem richtigen Weg hier. Wenn der Eichmann jetzt wieder 10 Wochen ausfällt. Gebo sieht gelb. Freistoß für Nürnberg. 28 Meter. Danzig-Goal, den kenne ich doch auch noch. Siddich versucht den Ball abzuwehren und verlängert ihn unglücklich. Und der Zapper kann nicht mehr eingreifen. Gendry kommt zu spät. Und der Ball geht zum Glück am Tor vorbei. Einmal die Stirn abputzen. Konnolly sieht gelb. Eckball jetzt für die Gäste. Bin mir nicht sicher, ob wir nicht doch auf Konter stellen sollen. Volley, Schuss und der Ball ist drin. Zerini, nein. Jetzt spielen wir auf Sieg. Auch in Unterzahl. Da ist das 1-1 leider. Maschis spielt immer noch schlecht. Das machen wir mal. Marien kommt einfach mal für Ossimek. Ein Wurf durch Neves. Auf Maschis. Der flankt auf den kurzen Pfosten. Da steht Sarin. Köpft den Ball zur Ecke. Und bei dem Spielverlauf hier nehmen wir das 1-1 gerne mit Pasorek. Maschis kommt zum Kopfball und trifft. Gut, dass ich ihn nicht rausgenommen habe. Er macht wieder ein wichtiges Tor. Ein goldenes Tor vielleicht. Wenn das Spiel in der Spielverlauf jetzt keine weiteren Gegentore zulässt. So Lehmann. Sollte ich auch nicht vergessen. Kommt für Konnolly. Dreimal gewechselt. Und, 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 und. Kowal nochmal. Kowal nimmt den Ball mit Pasorek. Pasorek wird ins Leere gelaufen gelassen. Leere laufen gelassen. Der Ball landet hinterm Tor. Szilic nochmal. Spielt zum Mittelkreis. Pasorek. Lehmann. Schaut. Spielt direkt in den Strafraum. Kein Abseits. Maschis versucht den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Von Fritka ist schon festgehalten im Strafraum. Er lässt sich theatralisch fällen. Das ist jetzt nicht nötig. Das ist uncool. Damit sorgt er nochmal für eine schwache Szene. Nachdem er schon wieder ein goldenes Tor erzielt hat. Der Maschis hat im Lauf. Aber so sind die Wichtigen. Die echten Torjäger. Die können 90 Minuten Scheiße spielen. Die haben dann eine gute Szene. Und die Mannschaft gewinnt. So ist es Eichmann sollte. Aber, ja. Die stille Treppe ist für ihn reserviert. Aber hoffen wir mal, dass das Verbandsgericht ein bisschen nachsehen hat. Aber er ist Wiederholungstäter. Das ist ja meist nicht so gut. Ich höre die Handschellen schon klicken. So. 395.000 Euro eingenommen. 159.000 Prämie bezahlt. Sarinen, der beste Spieler des Spiels. Kommt in die Note 4 mäßig. Aber wir haben ganz große Big Points hier gesammelt. Und stehen jetzt zum ersten Mal in dieser Saison. In der ersten Tabellenhälfte. Auf Platz 9 mit 15 Punkten. Die Tendenz stimmt. Kiel gewinnt 2-1 gegen Braunschweig. Heidelheim verliert 0-1 gegen den HSV. Würzburg spielt 0-0 gegen Unterharing. Münster gewinnt 1-0 gegen Burghausen. Köln spielt 1-1 gegen Cottbus. Fürth verliert 0-1 gegen Stuttgart. Rostock gewinnt 2-0 gegen Magdeburg. Dortmund verliert 0-1 gegen Wehen. Wehen, Wiesbaden und Weh gewinnt 2-1 gegen Nürnberg. Wir haben nur noch 5 Punkte Rückstand auf Platz 3. Da steht der BVB. Münster ist neuer Tabellenführer. In der Elf des Tages Konnolli. Wir hatten das bestbesuchte Stadion. Wir sehen Transfers. Wilson hat die Schnauze voll von Bielefeld. Geht nach Huddersfield. Gendry wird zum Kauf umworben. Aber der hat durchaus Spielzeit bekommen. Der hat hier bisher eine gute Entwicklung hingelegt. So, wir haben einen Termin beim Verbandsgericht. Wir haben in der vergangenen Woche 280.000 Euro eingenommen. Es gibt 500 Freikarten und 500 Karten Auswärtszuschuss für das Spiel in Unterharing. Da spielt er auch unser Freund Jaria. Der Vorstand ist immer noch nicht gerade amused. Aber das Pokal im Spiel, das war ja ein Knall. Also, ich rede immer noch davon, obwohl wir gerade in der Bundesliga gewonnen haben. So, Hengel. Chetil werden besucht. Ja, viel zu tun. Chetil kann aber schon wieder theoretisch spielen am Wochenende. Er wird 4 Spiele gesperrt, Eichmann. Das ist ja weniger als die Hälfte vom letzten Mal. Das ist aber dennoch ein Monat. Und unnötig ohne Ende. Wir legen Einspruch ein. Einfach mal, damit der Anwalt auch mal was zu tun hat. So, Gendry. Wissler, Kraker und Wackerburghausen. Der Mann ist ein mittleres Talent. 18 Jahre jung. Er hat noch 3 Jahre Vertrag. Wir hören uns. Oh, der verdient auch 5-stelliges Gehalt hier. Wollen wir uns einfach mal an der Frank Klemmer von wen wie Wackerburghausen. Der bietet über mehr als eine Million, als er wert ist. Er ist 1,56 wert. Der bietet schon 2,55. Aber gerade bei unserer personellen Situation kann ich mir das jetzt nicht erlauben, jetzt hier welche abzugeben. Aber wir gucken mal, wie hoch der Preis steigt. Vielleicht wird es ein Angebot, was wir nicht ablehnen können. Aber ich denke, dass wir ihn jetzt nicht abgeben sollten. Jo, er hat den doppelten Marktwert geboten. Aber dann auch noch gerade an den Liga-Konkurrenten. Da hätte man Geld verdienen können, aber wir haben genug Geld. Und es geht ja auch nicht nur um Geld. Ich hoffe, dass er jetzt nicht auch pissig ist. Nein, er ist überzeugt von seinem neuen Angebot. Die Gehaltseröhrung hat er sich auch durchaus verdient. Champions League. Sechster Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, für alle deutschen Klubs geht es noch um was. Aber die Ausgangslage war nicht überragend für alle. Für manche. Ja, gucken wir mal. So, Gruppe 1 Real Madrid und Everton sind weiter. Alkmaar geht in die Europa-League. Tula ist ausgeschieden. Frankfurt gewinnt 3-2 gegen Turin. Ist damit sogar Gruppensieger zusammen mit Turin weiter. Moré Renze geht in die Europa-League. Bröndby geht nach Hause. Hallescher FC spielt 1-1 gegen Toulouse. Die gehen damit in die Euro-League. Immerhin international. Geht es weiter für den Hallescher FC? Fragen sich auch einige internationale Vertreter, wenn sie den Namen lesen, wo sie denn da jetzt hin müssen. Aber das ist ja auch die Attraktivität, dass man hier nach so vielen Jahrzehnten auch mal neue Gesichter sieht. Im internationalen Tanz. So, Fenerbahce und Granada sind weiter. Toulouse ist weg. Titelverteidiger Chelsea ist auch weg. Straßburg und Edinburgh sind weiter. Sion geht in die Euro-League. Gruppe 5. Brighton & Hove und Neapel sind weiter. Kopenhagen geht in die Europa-League. Und Krajowa ist ausgeschieden. Brighton & Hove. Sind das zwei Städte in Fusion? Oder warum Ant? Gruppe 6. Huddersfield und Udinese Karlschuh sind weiter. Zürich geht in die Euro-League. Siversport ist weg. Augsburg verliert 2-1 gegen Amir. Damit sind sie auch zum Glück nicht ganz weg. Ich hatte jetzt gedacht, die sind weg. Aber Negrosny war ja noch schlechter. Augsburg geht damit auch in die Europa-League. Amir und Warschau sind weiter. Ja, und dann haben wir noch Freiburg. Die gewinnen 2-1 gegen Lens. Gehen auch in die Euro-League. Es hat dann nicht für Platz 2 gereicht. Am Torverhältnis ist es gescheitert. Sociedad und Tessaloniki sind weiter. Freiburg geht in die Euro-League. Lens ist draußen. Damit jetzt die große Euro-League-Invasion hier. Freiburg geht in die Euro-League runter. Augsburg geht in die Euro-League runter. Und auch Halle. Nur noch Eintracht Frankfurt in der Champions League. Und die eigentliche Euro-League, die haben wir hier auch noch. Aber ohne Fortuna Düsseldorf. Hier haben wir Glück, dass wir jetzt die drei Euro-League-Absteiger hier bekommen. In Gruppe 1 Brighton & Hove, Udinese, Kalso, Granada und Thessaloniki. Gruppe 2 FC Everton, Juventus, Turin, Liga Warschau und Sociedad. Gruppe 3 Neapel, Frankfurt am Jahr und Straßburg. Zwei französische Klubs. In Gruppe 4 Real Madrid, Hallersfield, Fenerbahce und Edinburgh. Alle anderen Gruppen jeweils mit vier verschiedenen Nationen. Dann haben wir hier in der Europa-League Halle. Hallescher FC gegen FC Utrecht. FC Augsburg gegen FC Zürich. Zwei FC, ein Dueller jeweils. Und SC Freiburg gegen Celtic Glasgow. Das sind doch hochkarätige Matches. Angelika, die neue Freundin von Robert Mara, verlangt diesem alles ab. Er ist deshalb auf dem Platz zur Zeit ein wenig müde und verliert zwei Konditions- und fünf frische Punkte. Das muss ich mir jetzt nochmal hier schriftlich bestätigen lassen. Robert Mara hat eine Freundin. Damit ist er der Einzige im ganzen Kader. Die Frauen, wenn sie jetzt nochmal einen jungen Fußballer abbekommen, müssen sie die auch direkt richtig in die Verantwortung nehmen. Um es mal so auszudrücken. Weil die anderen wollen ja nicht. So, der Mara, der ist richtig fick und fertig. Um mal Bauer sucht Frau zu zitieren. So, Sie merken, das Niveau sinkt heute für Sie. Und ich hoffe, dass der FC Schalke hier in der Tabelle nicht sinkt, sondern in Richtung Aufstiegsplätze geht. So, wir sehen, Avenatti könnte wieder spielen, tut es aber noch nicht. Schittil kann wieder spielen und aufgrund der personellen Lage wird er das auch tun. Ossimek wird als hängende Spitze genutzt. Avenatti wartet noch ein bisschen. Rocha kommt in zwei Wochen zurück. Eichmann fehlt vier Wochen. Hengel fehlt noch vier Wochen. González fehlt noch vierzehn Wochen in der Innenverteidigung. Schäfer und Koinock. Nö. Das wäre ja auch ein bisschen Verhöhnung, wenn der junge Innenverteidiger Reichert jetzt hier völlig konstant ignoriert würde. Der kriegt jetzt einfach mal die Chance. Konrad Reichert, 17 Jahre jung, spielt hier zusammen mit Koinock in der Innenverteidigung. Wir spielen in Unterhaching. Wir sehen unseren Freund Maxim Jarréa hier wieder, der bei Unterhaching schon neunmal gespielt hat. In Unterhaching bin ich bekannt wie ein bunter Hund. Das weiß jeder. Und die stehen auf Platz vier. Wir könnten Punkte technisch gleich ziehen, wenn wir hier gewinnen. Ansprache schenke ich mir mal 9200 Zuschauer. Wir haben viele Auswärtsfans dabei. Auch hier fast 2000 Schalker am Start. Dieter Bohlen tippt 2 zu 1 auf Unterhaching. Kopfball-Duell. Neves kann sich durchsetzen. Zilic passt zurück ins Mittelfeld. Gendry wechselt den Flügel. Neves will den Ball vor einem Strafraum spielen. Tritt in den Boden. Der Ball landet ihm aus. Schäfer mit dem ersten Saisontor bringt uns in Punkt der junge Konrad Reichert direkt mit dem Assist. So sieht man doch, dass sich manche Überlegungen auszahlen. Der Innenverteidiger sorgt für die Torvorbereitung. Und es steht zu Null. Der macht alles richtig. Das Lob kriegt aber der Schäfer, weil der hier wirklich ein noch besseres Spiel zeigt. Aber wenn die jungen Leute so debütieren, dann macht es auch Spaß. Offensive. Hachinger jetzt. Ossimank nimmt den Ball mit. Sieht, dass Jaria zu weit vor seinem Kasten steht. Die kennen sich natürlich. Der versucht ihm einen einzuschenken. Das geht aber knapp daneben. So. Haben uns ja freundschaftlich getrennt. Da ist kein böses Blut zwischen ihm und uns. So. Wir sehen, dass jetzt Lehmann für Knoli kommt. 20 Minuten noch. Dann kommt jetzt Santini für Silic. Und noch eine Viertelstunde. Gendrey überzeugt hier nicht so ganz. Ich möchte jetzt aber hier auch nicht alles umstellen. Doch jetzt machen wir einfach mal ein Experiment. Maschis kann auch Rechtsverteidiger. Unorthodoxerweise. Und Aliaga kommt für Gendrey. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu ein großes Experiment ist. Kasanidis zieht kurz an. Er ist an Neves vorbei. Bringt den Ball nach einem Stolperer unter Kontrolle. Und spielt ihn auf die linke Seite. Können wir hier drei Punkte entführen. Und das wäre ganz, ganz, ganz elementar wichtig, um hier in der Hinrunde noch Chancen auf dem Aufstiegsplatz zu haben. Maschinen zieht ab. Und der Ball ist drin. Und da ist das 1-1. Und es riecht dann doch wieder nach unserem altbekannten, ich möchte es nicht Lieblingsergebnis nennen, weil ich freue mich hier nicht drüber. Aber wir spielen mal wieder 1-1. Es erinnert aber an die letzte Saison. Wenn wir am Ende der Hinrunde auf Platz 3 stehen, soll es mir erstmal recht sein. Wir spielen 1-1. Auswärts ein Punkt. Man sagt ja eigentlich traditionell, das ist immer mindestens okay. Ist es auch. Aber wenn man in der 85. einen Ausgleich kassiert, dann fühlt es sich halt mehr wie eine Pleite an. So, 130.000 Euro Prämie gezahlt. Schiedsrichter-Stieler, der beste Mannspieler, der beste Mannspieler, kommt in die Note 5. Wir fallen wieder zurück in die zweite Tabelle. Wir stehen jetzt auf Platz 11, haben 16 Punkte. Ein Torverhältnis von 15 zu 14. Naja. Haching 1-1 gegen uns. Nürnberg verliert 0-1 gegen Fürth im Derby. Burghausen gewinnt 1-0 gegen Würzburg. Stuttgart gewinnt 2-1 gegen Kiel. HSV trennt sich 2-2 mit Preußen. Münster, Wiesbaden gewinnt 2-0 gegen Köln. Cottbus verliert 0-1 gegen Braunschweig. Rostock spielt 1-1 gegen Heidenheim. Und Magdeburg verliert 0-1 gegen den BVB. Der BVB ist Tabellenführer. Wir können ein bisschen neidisch hochgucken auf den anderen Aufstiegsplätzen. Münster und Heidenheim. Wir haben 5 Punkte Rückstand auf Platz 3. 7 Punkte Rückstand auf Platz 1. Wir haben 4 Punkte Vorsprung vor Platz 15. Da steht WM Wiesbaden. Ich wollte gerade sagen, die haben auch einen besseren Lauf mittlerweile. Aber sie klettern ja zumindest. Von 18 auf 15. Neues Schlusslicht. Viktoria Köln. In der Teuergerliste Sillic auf 15. In der Skoraliste Sillic auf 18. In der Elf des Tages. Als Maschis. Keiner von uns hier in den anderen Statistiken. 1860 München. Ich habe gesagt, der Hassan Ismaik, der hat mich nicht eingeladen zu 200-Jahres-Vete. Und jetzt will er mir einen Job anbieten. Weil wir sehen, die haben ganz schön nachgelassen. Die hatten am Anfang alle Spiele gewonnen. Und dann kam wahrscheinlich die Feier. Wahrscheinlich hat sich das dann zeitlich auch mit dem Oktoberfest überschnitten. Und seitdem haben sie, glaube ich, jedes Spiel hier verloren. Die letzten 6 Spiele auf jeden Fall. Jetzt stehen sie auf Platz 16. Das wollen sie mich haben. Aber liebe Löwen, ich kann leider gerade nicht Ja sagen. Sandhausen möchte mich auch haben. Da kann ich leider gerade auch nicht Ja sagen. Aber diese Angebote ehren mich natürlich. So, Jordanov von Nizza nach Nürnberg. Und Zuke von Hadersfield nach Leipzig. RB Leipzig. Reichert, der Junge, wird nach diesem gelungenen Debüt hat sich dann noch direkt ein Leihinteressent gefunden. Manchmal muss man die, ich möchte jetzt nicht sagen, die Ware ins Schaufenster stellen. Aber metaphorisch gesprochen. Ist das vielleicht doch das, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall. Jetzt hat der Reichert einmal gespielt. Jetzt hat er auch direkt einen Leihinteressenten gefunden. Und dann wird man sich auch sicher einig. So, wir haben als nächstes Spiele anstehen. Gegen 1. FC Magdeburg. FC Energie Cottbus. Freut mich auch, da mal wieder hin zurückkehren zu können. Und gegen FC Hansa Rostock. Sehr oft FC. Lese ich hier in jedem Namen. Magdeburg, Cottbus und Rostock. Die stehen auf Platz 9, Platz 14 und Platz 17. Da sollten Punkte drin sein. Wir stehen in der Heimtabelle auf 4. Auswärtstabelle auf 16. Kontrastprogramm. Tabelle 1. Halbzeit auf 5. Tabelle 2. Halbzeit auf 11. In der Regionalliga Nord haben wir oben Osnabrück und den 1. FC Köln. Verfolgt von Reden, Hannover, Paderborn und Bremen. Auf den Abstiegsrängen Essen, Wolfsburg 2, Babelsbeck und Wuppertal. Regionalliga Süd. Ganz oben Darmstadt und Schweinfurt. Dahinter Ulm, Aue, Augsburg 2 und Bayern 2. Ganz unten Pilmersens 1860. Garching und Eichstatt. Ja, echt. Die Löwen sind mit 4 Siegen gestartet und haben seitdem 8 Spiele verloren. Ist ja noch eine schlimmere Niederlagenserie, als wir letztes Jahr hatten. Oh, zapft is. So, in der Bundesliga. Tabellenführer Leipzig noch ohne Niederlage. Verfolgt von Wolfsburg, Mainz, Frankfurt, Gladbach und Augsburg. Wird schon wieder ein Aufsteiger, hier deutscher Meister. Gab es das schon jemals zweimal in Serie? So, auf den Abstiegsrängen Bayern, München, Ingolstadt und Bayer Leverkusen. So, finanziell haben wir schon 4,4 Millionen Euro Gewinn gemacht in dieser Spielzeit. In der vergangenen Woche 1,6 Millionen Euro verloren. 56,56 Millionen auf dem Konto. Vorstand ist aber immer noch ein bisschen schlecht gelaunt. Die Fans bekommen 500 Karten Auswärtszuschuss. Im Cottbus kann ich auch ein paar Kneipenempfehlungen geben. Unsere Jugend. Die A-Jugend steht in der 2. Liga auf Platz 18. Unsere B-Jugend, im Kontrast dazu, in der 2. Liga auf Platz 1. Unsere C-Jugend steht in der 2. Liga auf Platz 4. Ja. Und dann habe ich jetzt auch, glaube ich, mir alles angeguckt, was ich mir angucken wollte. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bye, bye.